So, wir haben einen Stoßtrupp verloren, ist aber halb so wild. Was für wichtiger ist, wir haben Ochsenkarren, also mobile Lagerstätten, was ich ganz cool finde an den Wikingern. Was wir jetzt aber erstmal brauchen, jetzt sind wir erstmal eine von den beiden Mumien-Dingern losgeworden. Genau, beauftragen Sie eine Arbeiter, die Tamariske zu fällen, aber wichtiger ist, zerstören Sie die beiden Grabbähler, um die Angriffe der Mumien zu unterbinden. Die Mumien und die Träume von Ganvarenzis werden sich gegenseitig bekämpfen. Der Ochsenkarren, ja, schicken Sie ihn einfach zu neuen Sammelstellen, wenn Rohstoffe knapp werden, genau. Das heißt, hier zu den Oasen zum Beispiel, könnten wir ihn schicken, wenn wir mehr Holz brauchen. Im Augenblick ist aber Nahrung unser Hauptproblem. Nahrung und Gunst. So, den Ochsenkarren verstecken wir schon mal da oben. Und dann bauen wir noch weitere Felder. Und jetzt suchen wir die zweite, das zweite Grab. Wobei ich jetzt nicht mehr so genau weiß, wo sich das befand. Eigentlich sollten wir ja den ersten Angriff der Mumien abwarten, bevor wir ihr Grab suchen. Aber ich erkunde schon mal die Ecke hier. Während ich weiter Dorfbewohner ausbilde. Die mir mal ein Monument errichten. Hier wäre ein... Eine Reliquie. Und wir haben auch irgendwo hier oben eine Reliquie gesehen. Die werden wir später suchen können. Aber die können wir schnell mit Chiron ja mitnehmen. Ja, die können übrigens keine Reliquien einsammeln. Oh Gott, Angriff. Lasst dir meine Ochsenkarren in Ruhe. Den brauche ich vielleicht noch. So, Herdentierchen. Okay, das war ein Angriff von Gagarensis. Den konnten wir zum Glück relativ gut abwehren. So, noch ein Feldarbeiter. Und ihr baut mir hier noch ein Monument auf. Der Weg zu Gagarensis muss irgendwo in der Richtung sein. Den ignorieren wir jetzt aber erst einmal, weil wie gesagt, wir wollen die zweite Mumienfalle finden. Hier ist ein verlassenes Autsch, das war mein Pharao. Äh, nur... Hat es gerade einmal in der Jale zerlegt. Das ist nicht so schön. Und die brauche ich hier eigentlich auch wieder im Lager. Ihr geht wieder arbeiten. Ich könnte eine Gruppe Priester gebrauchen, die gegen diese Mumien kämpft nachher. Das Holz wurde geschlagen. Wir brauchen jetzt erst mal weniger Arbeiter. Gold haben wir genug. Wir brauchen Truppen. Das darf ich nämlich auch nicht vernachlässigen. So, wir haben Priester. Eigentlich reichen Priester, die uns gegen Mumien verteidigen, aber... Das hier können wir mal erforschen. Das ist wichtig. Und jetzt vor allem Axtkämpfer und Schleuderkämpfer verbessern. So, zwei von euch gehen hier sammeln. Zwei bauen mir hier... weitere... Weitere Verteidigungstürmchen. Genau, am besten mit Hilfe des... Pharao, dass es schneller geht. So, die ersten Mumien hatten wir abgewehrt. Das heißt, wir können jetzt... Äh... Fliehen. Nein. Das ist jetzt nicht so gut, dass da uns da eine ganze Armee verfolgt. Okay. Einfach zurückziehen und... hier Truppen ausheben. Ganz schnell. Truppen ausheben. Gregg. U-I-R. Äthi. Wir haben nämlich jetzt nur noch ein Jahr. Mal. Das ist schlecht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Kimzit die zweite... Äh, was heißt Kimzit? Das ist ja Gagarensis. Das ist hier der Feind, gell? Ja, dass Gagarensis die zweite... Die zweite... den zweiten Tempel eingerissen hat für uns. Gere. Gere. Tilburg. Maufen wir es einfach mal. Während wir hier kämpfen. Du kannst das mal abladen. Naja, Sphinxen verbessern. Das verbessern. Und Truppen... Ja, da kommt noch ein Angriff. Naja, Sphinxen verbessern. Das heißt, alle bitte mal zurückziehen. Bis wir den Angriff auch noch abgewehrt haben. So. Und alle weg. Griechen. Griechen, are you refair? Are you refair? So. Dafür brauche ich eine Waffenkammer. Und ich könnte das hier erforschen, dass ich stetig Nahrung kriege. Ja. Jetzt muss ich doch mal den hier wegschicken, dass wir da oben irgendwo Holz sammeln. Und sollte doch mal fünf Arbeiter erstellen, die für mich Gold sammeln. Ne. Geh. Ähm. Mythische Einheiten sind kostengünstiger. Sehr schön. Ich habe Holzfiller. Ich brauche aber jetzt Goldsammler. Mhm. Ja, da hoch zum Gold sammeln. Die meisten von Kemsitz Angriffen kommen wirklich von irgendwo. Und jetzt sind auch meine ganzen nordischen Einheiten gestorben. mittlerweile. Ich muss auf jeden Fall ins nächste Zeitalter voranschreiten, um Belagerungseinheiten zu bauen, das sehe ich durch seine Verteidigungsmauern, die er nicht errichtet hat. Okay. Soviel zu seinen Verteidigungsmauern. Ich brauche einfach bloß eine funktionierende Wirtschaft. und muss jetzt zehn Dorfbewohner ausbilden, die mir den Baum hier oben schnell fällen. Der hat nämlich 5000 Lebenspunkte. Und die Dorfbewohner muss ich dann mit der Zeit beschützen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, beziehungsweise ich hoffe es einfach mal, dass Gagarensis die zweite, den zweiten Tempel einfach eingerissen hat. Aber um sicher zu gehen, stelle ich einfach mal hier ein Warn, eine Warnung, ein Warnsignal auf. Wir kriegen hier oben ja jetzt Gold. ein bisschen schneller Gold und Holz kriegen wir hier. So, währenddessen werden Häuser gebaut. So, und hier unten noch eins. Das deckt dann hier hier das Gebiet weiträumig ab. Und da oben ist die Nase der Sphinx. Mehr Lebenspunkte für Gebäude. Und ja, es kommt tatsächlich eine Mumie, aber die ist fast tot. Also ja, wir müssen halt definitiv noch mehr Truppen ausheben. Ich würde aber mal sagen, fünf Häuser reichen und dann machen wir die Truppen voll. Wir haben ja nämlich genug Priester und so. Und verstärken hier noch die Gebäude. Wir müssen eigentlich gar nicht so weit ins nächste Zeitalter voran. Wir müssen uns nur verteidigen. Achso, wir haben ja wir hätten genug Bewohner gehabt. Aber besser ein paar mehr als ein paar zu wenig, sage ich immer. Holz kriegen wir auch genug was wir bauen sollten. Das sind wenigstens die Weiterentwicklungen für dieses Zeitalter. Und da kommt schon der nächste Angriff. Von Kemsit. Wo ist Kairon eigentlich? Der kann ruhig mithelfen. Okay, das sind halt schwere Einheiten, die er hat. Gut, die Waffenkammer ist gleich gebaut. Das heißt, wir können da die Verbesserung erforschen. Wir haben genug Dorfbewohner. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Truppen. Ja, und sie sind mittlerweile schwere Einheiten. Sogar mit Bronze Ausrüstung. Ihr sollt kämpfen und euch nicht töten lassen. Wenn das so weitergeht, muss ich doch noch ins nächste Zeitalter voranschreiten. Könnte ich jetzt ja machen. Mit Hathor oder mit Neftis, wobei Neftis nicht viel bringt mit See-Einheiten. Ähm, nutzen ihre Gebäude, nutzen ihren Priestern Gebäude. So, Truppen werden noch ausgebildet. Ja, das ist okay.